Heute werden bei uns endlich die alten Schrottwohnwagen entsorgt. Das ist die Firma groß. Die zieht ihr alle mit dem Bagger in den großen Container und stampft das ganze ein, weil es einfach das kostengünstigste und einfachste für sie ist. Das ist alles Sondermüll, das muss getrennt und zerschreddert werden. Insofern reine Containern weg.